so da sind wir auch wieder bei second son ich höre schon wieder irgendwas im hintergrund das ist zu laut auf dem moment so ist besser gut wieder dass selbe spiel wir versuchen natürlich hier wieder unsere unsere ganzen gebiete hierzu reinigen ich hasse diese drohen habe ich das schon erzählt unglaublich so 19 prozent ach hier am strand haben noch ganz viel ganz ruhig nein hey danke trägsack also dieses ekelhafte piepen so ein bisschen rauch nehmen wir noch da hinten haben wir auch noch eine drohne irgendwie kommt so ein bisschen alter grein da sind wir noch näher dran das ist gut das ist so so Ah, da unten. Ah, dass der nicht schwimmen kann, der Depp. So, da haben wir noch was. So, da können wir noch einen Drogendeal verhindern. Das machen wir gleich mal nebenbei. Hups. So. Ich brauch mal Rauch, dass ich mich wieder heilen kann. Äh... Döh... Rauch. 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 Da. So, da ist auch die Drohne. So, noch eine Scherbe. Da haben wir auch noch welche. Und dann geht's hier weiter. Da ist ja gar nichts. So. 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 Komme ich da hoch? Jawoll. Nehmen wir noch ein bisschen Rauch mit. Na, habe ich das nicht markiert? Mal sehen, was uns noch eigentlich so blüht. Haben wir das gemacht? Sehr gute Frage. Eins. So, die da drüben nehmen wir auch noch gleich. Warum die eigentlich auf dem Boden sitzen, würde ich gerne mal wissen. So, weiter geht's. Oh, echt ey? Die nehmen wir aber dann, wenn wir irgendwie dort in der Nähe sind. Dann ist ja eigentlich relativ schnell da. Finde ich ein bisschen blöd, während man hier einfach so ein bisschen rumschlendert, sage ich mal. Könnte mal im Hintergrund irgendwie ein bisschen Musik spielen. Ich finde es sehr, sehr leise. Und tschüss. Hä? Du verkommst mir nicht. Es ist schon wieder diese Tür. Oh, jetzt kommt die auch noch. Hallo, ich verhinde hier gerade ein Drogendeal. Halt, du auch noch. Und du auch noch. Alle ergeben. Warum? So, Feind besiegt. Dann ganz ehrlich, dann gehe ich, glaube ich... Gehe ich gleich hier hin. Weil wir haben ja jetzt den Orbitalflug. Und es wäre jetzt blöd, den irgendwo zu verschenken. Also geht's gleich in die Zentrale. Nicht jetzt. Paramount. Oh, oh. Huah. Ui, Zug. Ja, 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 ja. Komm, komm. Ja. Nein. Schnell weg. Ja. Alter. Oh, come on. Kommt. Das gibt's doch nicht. Kann ich da echt nicht? Es sei denn. Fast. Hey. Ja, 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 ja. Oh, die haben wieder ihre Tage, ey. Das gibt's doch nicht. Ich könnte die alle auf einmal wegmachen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, der hält ja gar nichts aus heute. Was los? Oh, ey, jetzt bin ich echt wieder hier. Das hat's gar nicht gebracht. Das hat's gar nicht gebracht jetzt. Oh, geh doch da rauf! Ach, Mann! Ist ja gut. Ich bin immer wieder hier! Danke! Wer war das? Ich bin Bio-Terrorist, aber kein Rockstar. So, Viertel sauber. Ach komm, was soll's. Machen wir gleich hier weiter, aber das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Wieder... Das ist eine Folge wieder rum. Ich weiß gar nicht, welche danach kommt. Und dann führen wir... Und dann führen wir... Ah, führen wir den Alltag hier weiter. Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht. Und schon wieder keine Rohre. Hä? Ich bin halt vor, wenn die Dacke hier zu Ende ist. Ist die da echt oben? Gacke.